Einen Tanz tanzen lernen ohne Tanzschule. Hier geht es um deinen Tanzerfolg, also darum, dass du ohne den Besuch einer Tanzschule tanzen lernst. Lösungsvorschlag ist hier, schick den Tanzlehrer zu dir nach Hause und lerne somit bei dir ganz bequem daheim deinen Wunschtanz. Wunderschönen guten Tag, dir sei gegrüßt. Gegrüßt von mir, dem Sean, Sean Jerome McCrae. Und ich sage es den Menschen immer wieder und ich sage es gerne auch dir, ich liebe es, Menschen tänzerisch zu begleiten und dafür zu sorgen, dass Menschen tanzen. Denn hier geht es um deinen Tanzerfolg. Wenn du dir vorstellen kannst, von mir, dem Sean, Sean Jerome McCrae, tänzerische Unterstützung zu bekommen in deinen Tanzangelegenheiten, wenn das für dich interessant ist, dann der Vorschlag, lass uns in Kontakt kommen, wenn es für dich in Frage kommt, über mich, dem ADE TV, IHK, World Dance Council, Gutesiegel ausgebildet, Privattanzlehrer, Tanzprivatstunden zu buchen, wenn das für dich in Frage kommt, dann der Vorschlag, das Kontaktformular unten in der Beschreibung über die Links zu finden oder der Anruf für unseren Kontakt auf die Nummer 0176 840 44 661.